Hi, ich bin's wieder Lars von All About Samsung, wieder mit einem Video zum Galaxy S8 und S8 Plus und heute gibt's einen Vergleich mit dem 2016er Flaggschiff, nämlich mit dem Samsung Galaxy S7 Edge. Tatsächlich müsste ich eigentlich auch noch das normale Galaxy S7 dabei haben, aber habe ich leider nicht hier und es wäre auch ein bisschen unfair, dass Galaxy S7 das letzte Flaggschiff von Samsung war mit einem normalen Edge Display und dazu mit 5,1 Zoll relativ klein. Das sähe dazwischen ziemlich, naja, schwach aus und deswegen machen wir den Vergleich zwischen Galaxy S8, Galaxy S8 Plus und dem Samsung Galaxy S7 Edge ganz ausführlich. Also vergleichen wir jetzt mal die drei Geräte und den Anfang macht das Design und auch die Größe und das finde ich eigentlich ganz interessant, was da passiert ist, denn das Samsung Galaxy S7 Edge links hatte eine Größe von 150,9 Millimetern Länge, als Beispiel. Das Galaxy S8 hat mit 148,9 ungefähr 2 Millimeter weniger und das Galaxy S8 Plus rechts hat mit 159,5 Millimetern fast einen Zentimeter mehr als das Galaxy S8, aber da sind schon ein paar Unterschiede. Das Galaxy S8 ist eigentlich sogar kleiner als das Galaxy S7 Edge und das Galaxy S8 Plus, wenn man es mal direkt daneben legt, dann ist es gar nicht so sehr im Unterschied groß zum Galaxy S7 Edge. Es ist zwar ein bisschen länger, aber so viel tut sich da nicht und das merkt man noch mehr bei der Breite, denn das Galaxy S7 Edge ist mit 72,6 Millimetern in der Breite tatsächlich nur ungefähr 1 Millimeter dünner als das Galaxy S8 Plus mit seinen 73,4 Millimetern und das Galaxy S8 wiederum ist, ich lege es mal wieder dazwischen, mit 68,1 Millimetern, also tatsächlich sogar noch ein paar Millimeter dünner, sowohl eins das Galaxy S7 Edge als auch das Galaxy S8 Plus und das merkt man wirklich, es ist ein sehr schlankes Gerät in der Hand. Ansonsten in Sachen Dicke, da gibt es gar nicht so den großen Unterschied. Das Galaxy S7 Edge hatte 7,7 Millimeter, das Galaxy S8 hatte 8 Millimeter, also so viel tut sich hier nicht und wenn ich dann noch das Galaxy S8 Plus mit seinen 8,1 Millimetern daneben halte, dann sieht man keinen großen Unterschied in Sachen Dicke netto, aber gefühlt ist der Unterschied dann doch ein anderer, denn das Galaxy S7 Edge hatte den Rahmen relativ weit unten auf der Rückseite. Ihr seht es, die Front war viel gebogen, die Rückseite nur wenig gebogen und der Rahmen war dann ein bisschen tiefer im Gerät. Beim Galaxy S8 und S8 Plus ist der Rahmen tatsächlich genau in der Mitte, weil die Rückseite und die Frontseite sind fast genau gleich gebogen und deswegen hat man dieses Metrical Beauty, so wurde es zumindest beim Galaxy Note 7 genannt und das ist dann doch ein richtig großer Unterschied. Ich finde tatsächlich, optisch wirkt dadurch das Galaxy S7 Edge dünner, aber in der Hand in Sachen Ergonomie fühlt es sich tatsächlich längst nicht so gut an wie in einem Galaxy S8 Plus oder einem Galaxy S8, weil die liegen durch diese mehr gründete Rückseite und den Übergang in den Rahmen deutlich, deutlich angenehmer in der Hand als das Galaxy S7 Edge. Der nächste Punkt in Sachen Design ist die Front als solche und da gibt es dann auch was Interessantes zu sehen, denn wir haben links ein Galaxy S7 Edge. Das sieht man relativ einfach, man hat ein Edge Display, man hat ein Samsung Logo, man hat ein Homebutton auf der Front. Ja, beim Galaxy S8 und S8 Plus fehlt zum Beispiel das Logo oben drüber und auch der Homebutton fehlt und tatsächlich ist das Display insgesamt länger gezogen. Ich mache die einfach mal an und dann sieht man zum Beispiel hier, die Displays sind komplett unterschiedlich. Wir haben nämlich beim Galaxy S7 Edge ein 16 zu 9 Display, beim Galaxy S8 und Galaxy S8 Plus dagegen ein 18,5 zu 9 Display in Sachen Seitenverhältnis und das ist tatsächlich ein sehr, sehr großer Unterschied. Auch beim Display selber gibt es einen Unterschied, denn wir haben ja jetzt sowieso schon ein anderes Seitenverhältnis und diese 18,5 zu 9 beim S8 und S8 Plus sorgen dafür, dass wir hier eine Auflösung von 2960x1440 Pixeln haben. Beim Galaxy S7 Edge hatte man noch nur, in Anführungsstrichen, 2560x1440 Pixeln. Man hat also ein um 400 Pixel längeres Display beim Galaxy S8. Wobei man sagen muss, dass das auch nur bedingt zu bemerken ist, da ab Haus eigentlich das Display auf einer anderen Auflösung steht. Ab Haus ist das Galaxy S8 eigentlich auf Full HD Plus und das Galaxy S7 Edge seit dem Nougat Update auf eine Full HD Auflösung limitiert. Also insofern muss man eigentlich wissen, da hat sich ein kleines bisschen was getan. Eigentlich wird diese volle Auflösung nicht immer ausgereizt. So und jetzt haben wir ja die Displays eigentlich gesehen. Ein paar Sachen muss man noch dazu sagen. Das Galaxy S8 und Galaxy S8 Plus haben ein helleres Display. Wenn ich das auf die maximale Helligkeit packe, wie es jetzt gerade der Fall ist, dann muss ich hier schon echt mit der Kamera kämpfen, bei den weißen Inhalten. Beim Galaxy S7 Edge ist es nicht ganz so hell. Und man muss auch sagen, dass das Galaxy S8 das erste Display ist, welches von der UHD Allianz mit einem HDR Mobile Zertifikat versehen wurde. Also das Display hat eine Farbbrillanz und ganz besonders hohe Kontrastwerte. Soll deswegen auch HDR auf mobilen Bildschirmen angucken können. Ja gut, das sind so Kleinigkeiten, aber da gibt es auf jeden Fall Unterschiede. Jetzt nochmal zurück zum Design. Wir hatten ja jetzt schon über die Front geredet. Wir hatten auch schon über den Rahmen geredet. Da gibt es übrigens noch einen kleinen Punkt, den ich erwähnen will. Beim Galaxy S7 Edge hatten wir einen matten Rahmen. Ihr seht hier, mattes Metall, sieht schön aus. Finde ich auch ein bisschen dezent. Beim Galaxy S8 und S8 Plus haben wir tatsächlich Hochglanz Metall. Im direkten Vergleich, das glänzt deutlich mehr. Und gerade in der schwarzen Version finde ich, dass Hochglanz vielleicht nicht die richtige Wahl war. Da hätte mir eine matte Version vielleicht ein kleines bisschen besser gefallen. Aber naja, das ist auch ein kleines bisschen Geschmackssache. Interessanter sind tatsächlich diese Designänderungen auf der Rückseite. Und das schauen wir uns jetzt auch einmal an. Wenn man nämlich die Geräte auch mal aufs Display legt und sich die Rückseite anschaut, dann sieht man, dass sich da auch was getan hat. Denn das Galaxy S7 hatte die Kamera in der Mitte, rechts daneben dann die LED und den Fingerprint-Sensor. Beim Galaxy S8 wurde der Fingerprint-Sensor und die LED auf die linke Seite gelegt. Das seht ihr hier. Und rechts daneben befindet sich jetzt so eine Fläche. Das ist der Fingerprint-Scanner, der sonst beim Galaxy S7 Edge auf der Front war. Der wurde jetzt quasi auf die Rückseite gepackt und ist da nicht optimal platziert, finde ich persönlich. Das war beim Galaxy S7 Edge deutlich einfacher. Hier hat man häufiger den Fall, dass wenn man das Gerät entsperren will, man es dann nimmt und dann mit dem Finger versehentlich auf die Kamera toucht. Und danach erst auf den Fingerprint-Sensor. Also das finde ich nicht optimal. Es ist allerdings auch nicht so schlimm. Man gewöhnt sich da dann doch irgendwann dran. So, jetzt haben wir auch über die Rückseite geredet. Eine Sache muss ich noch sagen. Das ist jetzt auch Gorilla Glass 5 auf der Rückseite und auf der Front. Beim Galaxy S7 Edge war es das noch nicht. Das heißt, es soll ein bisschen resistenter gegenüber Stürzen sein zum Beispiel. Ja, muss man abwarten, aufpassen, muss man so oder so bei Glas. Ich finde es auf jeden Fall nicht verkehrt. Und gerade die Rundung auf der Rückseite finde ich beim Galaxy S8 deutlich besser gelungen als beim Galaxy S7 Edge. So, soviel zu Sachen Design. Ansonsten ist es relativ ähnlich. Also wenn man sich so anguckt, dann dreht man es einmal und sieht, auf der rechten Seite haben wir bei allen Geräten den Powerbutton. Auf der Oberseite haben wir bei allen Geräten den SIM-Sort. Auf der Unterseite haben wir auch ein ähnliches Layout. Nur der Lautsprecher hat jetzt ein anderes Design spendiert bekommen. Und man hat jetzt USB Type-C beim Galaxy S8. Und auf der linken Seite, da ist ein kleines bisschen was dazugekommen. Wir haben nämlich hier jetzt keine zwei einzelnen Tasten mehr für die Lautstärke, wie es beim S7 Edge Defiler war. Sondern wir haben nur noch eine Taste für die Lautstärke. Und darunter dann eine weitere Taste. Das ist der neue Bixby Button. Das ist eine künstliche Intelligenz, die in Deutschland aber noch nur begrenzt nutzbar ist, weil hier die Spracheingabe nicht funktioniert. Nach dem Design reden wir erstmal ganz kurz über die Hardware. Und da gibt es auch einen interessanten Punkt. Das Galaxy S7 Edge hatte einen Exynos 8890 Octa in der Spitze sogar mit 2,6 GHz getaktet. Das ist ein Octa-Core mit 14 Nanometer gefertigt. Beim Galaxy S8 gibt es den Exynos 8895 Octa. Der hat eine leicht andere Taktung und er ist mit 10 Nanometern gefertigt. Aber es gibt noch kein Programm, was den auslesen kann. Deswegen kann ich dazu nur was erzählen. Aber man kann in den Programmen zwischen die anderen Werte auslesen. Und zwar sieht man dann, dass ich beim Galaxy S7 Edge 4 GB Arbeitsspeicher habe und auch beim Galaxy S8 4 GB Arbeitsspeicher. Tatsächlich ist das hier vielleicht LPDDR4X. Beim Galaxy S7 Edge war es noch LPDDR4. Vielleicht ist es hier also ein anderer Arbeitsspeicher, der ein bisschen schneller ist. Aber das ist auch noch nicht so ganz sicher. Dann haben wir beim Galaxy S8 64 GB bei beiden Versionen. Beim Galaxy S7 Edge hatten wir 32 GB. Und das war es. Also die Werte hier, die stimmen wie gesagt nicht. Das ist von der Software abhängig. Full HD oder hier nur die 1440 x 2560 Pixeln. Das liegt daran, dass hier noch ein Fullscreen-Mode fehlt. Und beim Galaxy S7 Edge hat man hier einfach mit dem Nougat Update ab Werk eine andere Full HD-Auflösung. Man kann es früher erstellen. Habe ich aber noch nicht. Jetzt aber noch zwei andere Punkte, die relevant sind. Nämlich der Akku. Und der hat beim Galaxy S7 Edge mit 3600 mAh den besten Wert im Feld. Das Galaxy S8 hat 3000 mAh, das Galaxy S8 plus 3500. Tatsächlich klingt das wenig, aber man muss sagen, dass der neue SoC im Galaxy S8 mit 10 Nanometer gefertigt wurde. Und daher sagt Samsung, dass eine um 20% gesteigerte Effizienz gegeben ist. Das heißt, der Akku sollte hier ähnlich lang durchhalten. Das lässt sich auch schon ein bisschen an den Werten erahnen, die Samsung dafür angibt. Außerdem sagt Samsung, die Mali G71 GPU MP20 ist hier in Sachen Grafikleistung deutlich stärker als hier noch die Mali GPU, die hier drin war. Und auch der CPU, bzw. die CPU ist beim Galaxy S8 etwas stärker als beim Galaxy S7 Edge. Unterm Strich würde ich damit sagen, die Akku-Werte dürften relativ ähnlich sein. So viel Sorgen sollte man sich da nicht machen. Das ist auch wieder komplett kabellos ladbar und so weiter und so fort. Und man hat hier beim Galaxy S8 jetzt USB Type-C. Aber kein Quick Charge 3 oder so, finde ich ein bisschen schade. So, jetzt haben wir Hardware und Design. Jetzt geht es um die Software. Und da läuft auf allen Geräten Android 7.0 Nougat. Also eine der aktuelleren Iterationen von Android. Wenn man da einmal reingeht in die Software-Info, dann sieht man, wir haben hier Android 7.0 Nougat. Nicht die allerneueste Version von Android, aber ich finde, das reicht dicke aus. Auch beim Galaxy S8 ist das der Fall. Und wenn man da einmal reingeht in die Telefon-Info und dann unter die Software-Informationen, dann sieht man auch hier Android 7.0. Allerdings hier mit der Samsung Experience Version 8.1, also einer neuen Oberfläche. Und die muss ich mal kurz zeigen. Wenn wir jetzt nämlich mal zurückgehen, dann sehen wir, wenn ich jetzt zum Beispiel die Notification mal nach unten ziehe. Ah, einmal Twitter beenden. So, wenn ich jetzt die Notification mal nach unten ziehe, das ist relativ ähnlich gehalten. Ich habe hier jetzt noch einen anderen Weißwert gerade drin, aber auch eine leicht andere Helligkeit. Ansonsten ist das aber schon relativ ähnlich vom Interface her. Und ansonsten, tja, wie komme ich denn jetzt eigentlich in die Apps? Hier habe ich so einen App-Drawer-Button. Dann komme ich hier in meine Apps und kann da drin rumwühlen. Beim Galaxy S8 habe ich so einen Button nicht. Tatsächlich kann ich hier swipen. Wenn ich hier so hoch und runter swipe, öffne ich den App-Drawer. Tatsächlich kann man das Ende, wenn man hier lange drauf drückt. Einfach einmal auf den Home-Button lange drauf drücken. Start-Bildschirmeinstellungen. Und dann kann man hier beim Layout tatsächlich sagen, unter App-Schaltfläche, App-Schaltfläche anzeigen, anwenden. Und wenn ich jetzt zurück auf den Home-Screen gehe, dann seht ihr hier, habe ich jetzt auch den App-Drawer-Button, wie er beim Galaxy S7 Edge schon der Fall war. Ich mag aber diese Animation. Ich finde das richtig gut. Tatsächlich gibt es inzwischen den Launcher, dafür auch schon bei den XDA-Developers. Allerdings muss, wie gesagt, der stürzt noch ziemlich häufig ab. Also insofern kann ich da noch nicht zu raten. Eine andere Sache, die es dort auch gibt, ist Bixby. Bixby öffnet sich, wenn ich einmal kurz auf den Bixby-Button drauf drücke. Und das ist hier diese Schaltfläche. Oder auf dem Home-Screen einfach mal nach links wischen. Dann geht das auch. Habe ich hier jetzt aber gerade schon deaktiviert. Bixby hat den Vorteil, dass es eine künstliche Intelligenz ist. Da kann ich also viele Sachen drin anzeigen. Das ist ein kleines bisschen wie der Google Assistant. Aber es ist auch in vielen Anwendungen integriert. Zum Beispiel in der Kamera und so weiter. Aber die deutsche Sprachangabe, die funktioniert noch nicht. Ansonsten aber eine richtig coole Sache, die ich euch aber in einem anderen Video ausführlich zeige. Ansonsten wird es jetzt das Video sprengen. Ich finde Bixby cool. Wenn es gut funktioniert, muss ich aber in einem anderen Video mal ganz ausführlich beleuchten. Ansonsten in Sachen Software, ja, alles relativ ähnlich. So große Unterschiede gibt es ja nicht. Einen Punkt will ich aber noch erwähnen. Wenn ich hier jetzt irgendein Spiel habe, gehen wir mal in irgendein Spiel rein, was wir hier gerade haben. Dann habe ich zum Beispiel, wenn ich, ja, welches Spiel öffne, wenn ich jetzt einfach irgendein einfaches Hillcrap öffne, funktioniert das Ganze auf einem 16 zu 9 Display. Beim Galaxy S8 habe ich das Problem, dass die meisten Spiele so nicht funktionieren. Sondern dann habe ich ja auch nur 16 zu 9. Das ist ja ein bisschen blöd. Aber wenn ich hier jetzt irgendein Spiel starte, zum Beispiel Riptide GP Renegade, dann habe ich hier einen 16 zu 9 Game. Bisschen schade. Ich habe ja eigentlich ein relativ langes Display und ich will ja kein Spielererlebnis haben mit ganz viel Rahmen, wie es sonst beim iPhone 7 Plus der Fall wäre. Also will ich die Rahmen loswerden. Und da hat Samsung eine ganz coole Software integriert. Das zeige ich in einem anderen Video ausführlich. Dann kann man nämlich hier auf Vollbild gehen und dann wird das Spiel neu gestartet und dann auf die 18,5 zu 9 gestreckt. Also da braucht man keine Angst haben. Da sind die Nachteile sehr, sehr gering. So viel also zu Sachen Software. Zwei Punkte muss ich noch erwähnen. Und zwar die Kamera. Die sind zwar grundsätzlich ähnlich, aber nicht ganz gleich. Samsung hat hier nämlich einen anderen Sensor. Tatsächlich haben wir mit beiden Kameras einen 12 Megapixel Sensor mit einem Offenblende von f1.7 und einer optischen Bildstabilisierung. Aber beim Galaxy S8 haben wir jetzt einen Sony AMX 333. Das ist ein anderer Sensor. Der hat den Vorteil, dass der Multiframe Aufnahmen unterstützt. Das heißt, wenn ich in der Kamera bin, dann habe ich da den Vorteil, dass wenn ich ein ganz mal das Foto aufnehme, dass dann beim Galaxy S8 drei Fotos bzw. fünf Fotos je nach Modus aufgenommen werden und die dann zusammengerechnet werden. Das ist beim Galaxy S7 Edge nicht der Fall. Das sorgt hierfür, dass bei schlechten Lichtverhältnissen die Bildaufnahmen besser sein können. Außerdem anders ist jetzt auch der Weg, wie ich in die Kamera komme. Beim Galaxy S7 Edge konnte ich zweimal auf den Homebutton drücken. Das ging sehr schnell. Beim Galaxy S8 geht es fast genauso schnell, indem man einfach zweimal auf den Powerbutton drückt und dann auch in der Kamera ist. Zur Kamera selber muss ich sagen, die sah beim Galaxy S7 Edge in der normalen 12 Megapixel Auflösung ein bisschen besser aus. Beim Galaxy S8 sieht die 12 Megapixel Auflösung ziemlich blöde aus. Deswegen gehe ich hier einfach hin und wähle die 18,5 zu 9 Auflösung mit rund 8 Megapixeln. Ich finde, das sieht einfach besser aus, wenn man so ein längliches Display hat bei der Fotoaufnahme. Ist aber auch nur eine Geschmackssache. Außer irgendwie ändert hat sich das Interface. Wenn ich mich jetzt nach links wische, seht ihr, ist das alles hier nach unten gezogen worden und deswegen besser für die einhändige Nutzung optimiert. Das ist allerdings auch nur so eine kleine Software-Sache. So viel tut sich da nicht. In Sachen Hardware hat sich aber auch was getan, nämlich in Sachen Sicherheit. Hier habe ich ja bei beiden Geräten den Fingerprint-Sensor. Einmal auf der Front, einmal auf der Rückseite. Beim Galaxy S8 habe ich jetzt aber auch einen Iris-Scanner und den muss ich mal kurz zeigen. Der ist neu hinzugekommen, das heißt, da geht man dann einmal auf die Gerätesicherheit und dann kann man hier einen Iris-Scanner hinzufügen. Dafür muss man erst ein Muster oder einen Pin festlegen. Da machen wir mal wieder unseren Standard-Pin. Und dann muss man innerhalb von 25 bis 35 Zentimetern in die Kamera gucken mit geöffneten Augen und dann wird die Iris einmal gescannt. Das dauert ein kleines bisschen beim ersten Mal. Ihr seht es hier. Gucke ich in die Kamera und dann ist die Iris registriert. Und wenn ich jetzt das Ganze habe, dann gibt es einmal noch Tipps und so weiter. Das lassen wir jetzt alles mal außen vor. Dann kann ich jetzt, wenn ich das Gerät zu habe und entsperren möchte, einmal drüber wischen und dann wird sofort meine Iris gescannt. Tatsächlich ist es in dem Winkel nicht optimal. Ich habe hier auch nicht ganz perfektes Licht dafür. Aber das ist ein ganz cooler Weg und dann brauchen wir auch den Fingerabdruckscanner. Möglich ist hier auch eine Gesichtserkennung. Allerdings wurde die ja schon mit einem Foto ausgetrickst. Deswegen würde ich die nicht empfehlen. Sofern also auch noch zu dem kleinen Feature. Und damit haben wir jetzt eigentlich die drei Geräte miteinander verglichen. Das war also unser Vergleich zwischen dem Galaxy S8, Galaxy S8 Plus und dem Galaxy S7 Edge. Und was bleibt am Ende übrig? Naja, also es gibt einige Verbesserungen. Die Software wurde deutlich verbessert. Finde ich sehr interessant, was da passiert ist. Auch wenn ich Bixby noch immer nicht so richtig viel abgewinnen kann, da darf für Deutschland einfach noch ein paar Funktionen fehlen. In Sachen Hardware, ja, auch da gibt es Verbesserungen. So ein Exynos 8895 oder von mir aus auch die 64 GB UFS 2.1. Das ist eine richtig coole Sache. Aber diese neue Symmetrical Beauty beim Galaxy S8 und S8 Plus, also dass die Rückseite genauso geschwungen ist wie die Front, das merkt man eigentlich als allererstes, wenn man die Geräte in die Hand nimmt. Das liegt unfassbar viel besser in der Hand als das Galaxy S7 Edge. Dazu kommt dann dieses 18,59 Display. Und auch das ist einfach ein riesiger Vorteil, finde ich sehr, sehr gelungen. In diesem Sinne würde ich sagen, ja, ich mochte das Galaxy S7 Edge sehr gerne. Ich habe es tatsächlich länger als ein halbes Jahr genutzt. Das ist für mich, sorry, aber das ist für mich novo. Normalerweise nutze ich die Geräte kürzer. Aber ich werde hundertprozentig auf das Galaxy S8 wechseln. Aber ich weiß immer noch nicht, auf welches Gerät. Ich habe die jetzt ein paar Tage genutzt und ich finde, das Galaxy S8 liegt perfekt in der Hand. Aber das Galaxy S8 Plus hat einfach ein kleines bisschen mehr Screen. Und wenn ich tippe oder so, finde ich das darauf ein bisschen besser gelungen in Sachen Größe. Ich muss mich da immer noch entscheiden. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Ich hoffe, der Vergleich zwischen dem Galaxy S8, S8 Plus und Galaxy S7 Edge hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen dazu habt, ab damit in die Kommentare. Wir bringen natürlich weiter viele Videos zu dem Galaxy S8. Insofern lohnt sich das Abo. Ich bin der Lars von Allerbots Samsung. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao. Ciao.